willkommen zurück bei oxygen not included ja leute klemmt erarbeiten teil 2 also diesen eine belüftungsanlage haben wir geschafft sehr sehr schön freue ich mich wir werden mal gucken wie wir das hier weiter regeln können so wir sind ich weiß nicht sie schlafen glaube ich ja oder auch der tag bricht gerade an sehr sehr gut soweit wir haben eine weitere wasserquelle hier erschlossen das ist sehr sehr gut wir müssen auf jeden fall ich hoffe dass das jetzt hier tatsächlich funktioniert dass wir hier unsere abwasser sammeln können das wasser hier es wird natürlich weniger wir werden mal gucken wie wir das jetzt weiter bauen können wir haben hier noch dieses hier könnten wir einmal entwurzeln dornenblüte werden wir auch entwurzeln dann werden wir hier noch die algen abbauen denke ich mal wir brauchen algen auf jeden fall noch 1234 ja wir könnten dieses hier werden wir hier werden wir den boden einarbeiten so dann gucken wir weiter wir müssen auf jeden fall sehen dass wir hier oben das können wir auch noch mal hier abbauen das sind noch algen wir müssten hier oben einmal den schleim abbauen das ist hier algen haben wir hier auch ein kleines bisschen was hat er da jetzt so kommst du da jetzt nicht mehr raus oder wie also doch was hast du jetzt da ich frage mich gerade was er da jetzt für ein problem hat du kannst doch hier runter du brauchst doch hier nur runter gehen komm wir bauen hier einmal weiter so und wir müssen dieses ding dann bauen auf jeden fall hier das werden wir dann auch machen auf jeden fall das war wo war das gewesen jetzt weiß ich schon wieder nicht dass uns die algen nicht ausgehen das ist ja dann ganz wichtig dass wir die luft hier hier bio destille wandel schleim in algen um das ding das muss hier irgendwo hin hier hier werden wir noch mal so ein luft erfrischer einarbeiten 1234 ja wir werden hier noch weiter abbauen müssen so werden dann hier die leiter weiter wie immer so hier ist auch nicht gute luft das ist ja erst mal nicht so schön aber wir müssen das irgendwie so schaffen werden dann versuchen hier den boden einzuarbeiten auf diese seite dann ein luft ja lufterfrischer stellen hier ist die luft ziemlich schlecht wir werden dann auch vermutlich eine tür hier einbauen das können wir dann mal machen so wir brauchen hier einmal was brauchen wir denn hier wir brauchen hier einmal flüssigkeit und ein kabel okay und hier müssten wir dann auch noch einmal sauerstoff reiniger einbauen also das gleiche teil was wir hier unten haben hier das ding das werden wir auch machen das ist ein luft reiniger den müssten wir dann hier einbauen den könnten wir ja hier bauen hier bauen und brauchen dafür dann einmal Wasserleitung und Abwasserleitung ne so so sieht's aus so sieht's aus und Strom ne also wir können erstmal gucken hier Leitung vor wir brauchen dann einmal Frischwasser das werden wir ja ja wir werden es hier runterlegen ähm das ist dann jetzt hier unsere Frischwasserzuleitung ähm das geht hier lang das ist okay äh hier lang ist auch okay ist auch okay und ähm ähm so 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 einmal das dann müssen wir mal gucken wo sie äh sie werden hier vermutlich nicht bauen können bis wohin sie das äh bauen können so dass wir hier erstmal frische Luft bekommen wir gucken mal wie weit sie mit dem Rohr kommen sieht dann zwar nicht so toll aus aber nun gut das ist dann halt so ähm hier kommen sie nicht dran das ist klar also müssen wir ähm hier noch einen Boden reinbauen und zwar hier eins zwei drei vier müssten wir hier einmal einmal bis da erstmal so und ähm hier graben immer schön Stück für Stück zurück so so dass das äh hier funktioniert hier müssen wir uns dann was überlegen dass wir was machen dass es äh dass wir das nicht ganz so sehen vielleicht hier machen wir erst einmal zu das können wir dann wieder öffnen dass sie hier weiter bauen können so danach können wir das hier dann auch öffnen wenn das Teil hier angeschlossen ist äh wir können auf jeden Fall schon mal Stromkabel verlegen ja das kriegen wir hin machen wir so jetzt müssen sie erstmal schlafen hm kriegt ihr das hin hier hat jemand Hunger ja diese Toilette funktioniert also eine Toilette ist äh gut jetzt muss er dann natürlich hier rüber laufen aber komm da schaffste ja hat geklappt so dann können wir nämlich hier auch diese Toilette und die Dusche auch wieder ähm in Betrieb nehmen wenn wir das hier geregelt haben mit unserem Wasser so dann schlaft mal erst schön und das hier haben wir soweit okay hm gucken mal guten Morgen Kabel werden wir werden wir dann von hier nach hier verlegen äh ja komm können wir hier rein so dann haben wir das äh schon mal äh angeschlossen hm das ist gut so achso wir haben hier noch einen äh Anschluss führenden Kabel für das Gerät haben wir hier abgebaut ne ja ja so dann gucken wir einmal Wasser jetzt ähm was müssen wir jetzt hier machen ähm ähm so so gucken wir mal ob das jetzt richtig ist so Toilette funktioniert auf dieser Seite hier stinkt es er muss sauber machen ne arme Kerl ähm ähm ich hoffe dass das jetzt bald dann mal funktioniert mit dem anderen äh äh Klo wenn ihr euch anstrengend habt ihr bald ne schöne Toilette hoffe ich hm dass das klappt so hier müsst ihr noch ein bisschen bauen machen sie aber auch kein Problem und wir werden uns dann hier um ein Abwasserrohr noch kümmern müssen ähm das legen wir so wir werden Abwasserrohr nehmen wir hier sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus aber wir werden auch ein Abwasserrohr dann vermute ich ähm einfach hier legen äh wir kommen hier runter so und können hier anschließen so dann hat das äh geklappt hoffe ich wir können dann auch dieses Rohr ähm hier anschließen dieses Rohr hier anschließen und äh dieses Rohr schließen wir so an und äh so dann müsste jetzt also Abwasser komplett äh hier reinlaufen und Frischwasser hier reinlaufen ich hoffe dass das jetzt funktioniert aber es sieht glaube ich so aus und damit könnten wir dann wenn das hier gebaut ist ähm ähm haben wir dann ähm glaube ich einen äh den Wasserzyklus äh das es funktioniert hoffe ich dass wir schlechtes Wasser hier rein äh laufen lassen und frisches Wasser äh hier raus äh saugen ich hoffe das funktioniert jetzt erstmal so wie ich mir das vorstelle und die Wasseraufbereitung machen wir dann hier rein und äh leiten das äh frische Wasser hier dann wieder zurück guck Gucken wir mal klemmt eine Arbeiten hoch drei ne so das könnt ihr schaffen hier hoff ich und ich hoffe dass das dann funktioniert so so und dass wir hier jetzt dann äh die Luft äh reinigen hoffe ich auch dass das auch funktioniert mhm das würde ich mir jetzt wünschen dass das klappt nee ich wollte hier ähm ach komm so gucken wir mal ob das jetzt funktioniert wie ich mir das vorstelle ähm so wie sieht es hier unten aus mhm ach komm also das hier funktioniert jetzt äh sehr gut so so das haben wir gut das ist sehr schön ähm jetzt gucken wir mal ich hoffe dass das hier oben dann jetzt auch funktioniert das Ding mhm wir müssen das hier muss noch abgebaut werden das wäre ganz nett so so das Ding funktioniert jetzt auch dann gucken wir jetzt mal was unsere Leitungen hier machen so wir gucken mal so hier wir haben hier jetzt äh frisches Wasser das ist gut so frisches Wasser frisches Wasser das läuft hier rein da rein und hier haben wir ähm und hier haben wir ähm schlechtes Wasser raus ähm das ist äh sehr sehr gut das ist äh sehr sehr gut so es äh scheint jetzt erstmal äh alles richtig angeschlossen zu sein hoffe ich hier kommt auch äh frisches Wasser rein schlechtes Wasser kommt da raus so dann haben wir das glaube ich erstmal äh richtig angeschlossen das ist ja schon mal sehr sehr schön dass das so klappt ähm wir gucken auch mal ich hoffe dass das hier äh funktioniert jetzt das Teil dass wir hier Luftreiniger ne verbraucht äh verbraucht Wasser hm dass das hier jetzt äh einen Effekt gibt dass wir hier das Wasser äh die Luft reinigen können warten wir mal ab wir gucken uns das mal an ob das jetzt funktioniert hier hier finde ich ziemlich gut ähm wie sieht's aus wir brauchen auf jeden Fall noch weiter Algen hm wir können hier noch abbauen ein bisschen hier haben wir nochmal Algen ach das werden wir auch machen hier ja dass wir erstmal nicht hier äh ohne Algen stehen so die Leiter die werden wir hier abreißen weil allzu viel Wasser ist das hier natürlich auch nicht ne so kannst du das hier mal abreißen wäre schön hm hm so da sind sie erstmal wieder müde das ist gut so aber ich bin zufrieden ich glaube wir haben es geschafft unseren Wasserkreislauf irgendwie ein bisschen ähm ja besser hin zu bekommen wir gucken jetzt mal hier nach der Luft die Luft ist hier oben immer noch ziemlich schlecht ich hoffe dass das Ding das schafft hier hm hier ist die Luft äh sehr sehr gut hier ist sie so naja ja wir sollten vielleicht auch nochmal hier so ein ähm Algen ähm Ding hinbauen das werden wir hier unten nochmal eins hinbauen hier hm gucken wir mal wo hatten wir das jetzt nochmal gute Frage hier ne so wandelt Algen in Sauerstoff um wird untätig wenn der maximale Raumdruck erreicht ist ähm das bauen wir uns äh noch einmal hier hin wir werden dann dieses Ding hier aber auch brauchen dass wir hier uns dann reingraben machen hier eine Tür rein äh vermute ich na das verbraucht halt nur Wasser gibt uns nichts zurück hm hm aber wir bekommen weiterhin Algen ne auf jeden Fall brauchen wir so das Ding müssen wir anschließen hier hier haben wir das geschafft ähm ich hoffe das klappt so weit hier wir können hier auch nochmal eine Lampe äh hinbauen und noch so ein Algenterrarium nochmal hätte ich auch noch ganz gerne hier oben an dem nächsten Bett wir bekommen bald äh einen neuen Bewohner das machen wir mal gerade hier werden hier eine Lampe aufbauen und äh müssen die natürlich auch wieder anschließen so ähm Kabel so das ist kein Problem und ähm bauen daneben nochmal hier ein Algenterrarium auf stellen wir da hin weil wir können uns jetzt nämlich gleich wieder einen neuen äh Bewohner aussuchen ähm ja und der sollte hier vielleicht in dem Wellnessbereich hier sollten sie sich auf jeden Fall auch wohlfühlen so hier werden wir nochmal ein Bild aufhängen dann haben sie sich hier fühlen sie sich glaube ich auch ein bisschen besser oder es geht gar nicht ach schade können wir gar nicht machen mhm dort mhm hier können wir es glaube ich auch nicht oder doch können wir komm dann kriegt er hier noch ein Bild so ich hoffe dass das hier klappt dass wir hier diese ganze schlechte Luft hier mal ein bisschen weg bekommen es sieht hier schon ein bisschen besser aus ähm kommt natürlich jetzt vermute ich auch noch durch dieses Teil hier äh wie er da sitzt und isst die sind so süß unsere kleinen hier mega niedlich was ist los mit dir wir brauchen auf jeden Fall bald mal die Küche ne ihr esst hier so ein Zeugs was jetzt nicht so richtig lecker ist ne mhm und wir müssen gucken dass wir das hier hinbekommen mit unserem Wasser das ist jetzt nicht allzu viel hier so ich glaube das hier hat uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geholfen ich frage mich ob das hier was bringt das Ding äh Luftreiniger so das ist äh gute Frage also es ist auf jeden Fall hier schon ein bisschen weniger geworden aber kommt das jetzt durch das Teil oder kommt das hier durch das Teil ne das ist die Frage weiß ich nicht so richtig ähm gucken wir mal wir sehen mal äh wie sich das entwickelt hier machen wir noch mal ein bisschen äh hübsch auf jeden Fall hier das Ding arbeitet gut das ist hervorragend mhm ja wir werden hier schon mal äh Kabel anschließen müssen mhm soweit ähm und werden dann auch die Wasserleitung legen gucken wir mal ob das funktioniert also die Luft ist im Moment auf jeden Fall noch einigermaßen okay das ist äh ganz gut dass es so ist hier haben wir einen kleinen Stinker okay ähm hier haben wir auf jeden Fall schlechte Luft ja entweder müssen wir dann noch so ein Teil äh bauen wir warten aber erstmal noch so ein bisschen ab ihnen ist da kalt ähm ähm was ist mit dir jetzt untätig dreckig schmutzige Hände unterbrochener Schlaf ach so sonst sieht es aber immer noch ganz gut aus also Luft ist noch äh relativ in Ordnung ähm ähm so ich würde jetzt ganz gerne mal wissen wie viel Algen wir noch haben müssen wir gleich mal gucken wir werden hier auf jeden Fall noch gucken dass wir hier noch ein bisschen abbauen ach jetzt haben sie es gebaut sehr schön dann werden wir hier die ähm weiter bauen ne so nicht soweit dass wir hier noch die Algen äh abbauen die hier noch sind wäre ganz gut hier haben wir auch noch ein bisschen Algen dass wir die erstmal noch einsammeln in der Zwischenzeit dieses Ding da arbeiten lassen ich frage mich ob das hier jetzt äh ähm ja reinigt oder wie lange das eh das braucht ja sehr wahrscheinlich ganz schön lange so wie das aussieht ne mhm wie haben wir hier unsere Wasserleitung mal gucken wie das jetzt aussieht hier so also frisches Wasser kommt auf jeden Fall dahin ich frage mich halt nur kommt jetzt hier irgendwann auch mal äh schlechtes äh Wasser raus oder nicht gute Frage ne hier brauchen wir auf jeden Fall auch frisches Wasser ähm ähm und hier dann sehr wahrscheinlich auch äh schlechtes Wasser mhm oder wie sieht das aus interessant 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 äh irgendwie sieht man hier jetzt wieder gar nicht mehr so richtig ja hier könnten wir ja auf jeden Fall das frische Wasser können wir ja ähm ähm hier anschließen ist das jetzt nur angeschlossen ja oder nein Gucken wir mal ja hier das ist total blöd ich frage mich ob das Ding hier jetzt äh was bringt oder nicht sie müssen auf jeden Fall erstmal wieder schlafen unsere kleinen dass wir das hier irgendwie diese schlechte Luft da weg bekommen ne äh das funktioniert auf jeden Fall so sie schlafen ähm ja Leute sie schlafen wir machen an dieser Stelle wieder eine kurze Pause lassen sie noch ein bisschen schlafen wir haben noch hier jemanden den wir uns aussuchen können das werden wir dann in der nächsten Folge machen auf jeden Fall wir sind wieder ein bisschen leise dass wir sie nicht wecken und in ihrem äh Schlaf stören ähm wir müssen mal gucken er muss mal gerade mal wieder wohin und äh ja wir werden auf jeden Fall weiter ausprobieren äh ob das jetzt funktioniert mit unserem Luft äh Reiniger oder nicht schauen wir einfach mal ähm und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag macht es gut bis dann Tschüss